Okay, nach unserer Blamage gegen Aue geht es jetzt gegen Eintracht Braunschweig. Wieder mal eine machbare Aufgabe, was aber nicht heißen muss, dass wir das gewinnen. Haben wir ja so eben gesehen. In der Tabelle aber hat es keine große Auswirkung gehabt. Wir sind weiterhin auf Platz 2, punktgleich mit Dortmund. Und man muss sagen, Aue ist die Schießbude der Liga mit 28 Gegentoren, aber wir haben nichts eingebracht. Weil wir so dämlich waren. Aber es gibt ein Rückspiel. Und dann sind die fällig. Die prügeln die dann in die zweite Liga. Sie spielen in. In Blau. Was sagt die Ausstellung? Die sagt, dass meine ganze Sturmabteilung im Arsch ist. Dafür spielt wieder Ikadi. Und Andersson. Post, Moment. Sag mal, bin ich blöd. Das ist das Andersson. Das ist später allerdings im offensiven Mittelfeld. Pass auf, meine Ersatzbank. Schaut eigentlich so gut aus. Triple geht mit. Er geht raus, he. Scheiße, wenn der Nini auch nicht fährt. Alvaro, der bleibt drin halt. La Soga bleibt daheim. Und die anderen muss ich leider drin lassen, heftig. Ansonsten habe ich keinen mehr. Der Spancon. Das geht schon. Das geht schon. Das geht schon. Okay, der Hamburger Sportverein, daheim gegen Eintracht Brandschweig. Und zwar am 16. Spieltag, das heißt, es ist jetzt bald wieder Transkirmarkt und da werde ich wieder offline fleißig einkaufen und versuche auch unsere Mannschaft zu verbessern. Wir müssen nämlich schlagkräftig sein für die Champions League, für die K.O.-Runde. Pompela. Zudem bin ich mir überlegen, ob ich mit Hamburg nicht nur eine dritte Saison spiele, weiß nicht. Meine Umfrage zu starten, glaube ich, habe ich zu wenig Zuschauer. Eine dritte Saison mit Hamburg, oder? Die Dur am Ende der Saison, den Verein wechseln, kann der machen. Was war das jetzt? Ein Foul von Brandschweig? Jawohl. Bellarabi. Gegen Aue haben wir einen Schiebrang mit, gell? Wand Null. Aber gut. Bambi geht sich schon. Solange nicht nix im Dauerzustand wird. Und ich glaube, in der Realität hat Brandschweig gegen Augsburg, nein nicht gegen Augsburg, gegen Hamburg. Gewinner. Da war ein K.O.B. 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 Ich hoffe, der hat einen schlechten Tag. Sonst geht's mir auch noch dreckert. Oh Gott, ist drauf. Wie ist der? Teuerkauf. War nix. Und checksen im Abseits. Gott sei Dank. Oh gut. Mehr halt deutlich. Kratz auf Kumbela. Teuerkauf. Carrera. Und Icardi staubt am Bullen ab. Icardi. Gottes Willen. Das kann der besser. Eigentlich. Unser Argentinian Icardi haut das Ding nicht gerne links am Tor vorbei. Gegen Aue haben wir einige nicht gerne gemacht. Und einige Schanzen kommt zum Ausgleich. Und die K.O.B. Und die K.O.B. Zeigemann. Scher läuft durch. Aber da bleibt schicke. Die Treife. Chamberlain. Na, Mascherano ist das. Das ist Chamberlain. Safari auf Jackson. Kumbela. Und Motto hat den? Hat den nicht. Teuerkauf. Hochscheid. Jackson auf Kumbela. Ich glaube, ich muss da extrem aufpassen, gell? Ich glaube, wenn die ihre Chance kriegen, die Braunschweiger, dann rappelt's. Und Scher, der Armee. Scher. Er losst den Brüderabnehmer. Dieser Trottel. Ich will mir den nur auf den linken Fuß verlenken, gell? Weil Scher ein Linksfuß ist. Ecke. Und zwar die erste im laufenden Spiel. Zizoko, wer es drin hat. Kuchen er. Doch. Einige. Plus Konnach und Domi. Und zwar die erste im laufenden Spiel. Und zwar die erste im laufenden Spiel. Bellaravi. Immer noch. Hochscheid. Die Braunschweiger spenden fleißig mit. und gegen wunderschönen wohnen keine gefangenen die wohnen auf jeden fall drei punkte socken das ist mal den hübsrecht jetzt schießt der debb mit rechts warum denn so wie extra nach links zum damit damit er mit seinem linken vor 17 waren aber er macht sich also so im robben style von rechts aussen nach innen ziehen und dann abziehen bei der nächste hübschacht geplopft schlösschen andersrum knappe so eine knappe sache Wer jetzt? Chamberlain Abseits, scheiße Oder na? Es gibt Ecke Jetzt warte Motor Drüber, scheiße Okay, steht zur Halbzeit 0-0 zwischen Hamburg und Braunschweig Wir haben einige Schanzen gehabt Braunschweig genauso Aber noch war er in der Lage Ein Tor zu schießen Ich hoffe, das kann noch einen ändern Am besten ich Ansonsten kriegen die Krise Ich tue es einmal eben raus da Jetzt kommt Tribal Und Adler übernimmt die Kapitänsbinde Von Mascherno war nämlich nicht gefällt zum Sängen Seine Aufgabe Die Bälle zu verteilen War nicht der Fall Ranocchio Erklärt das Bei der Rabi Der hat sie gelegt Und man muss sagen Bei der Rabi Dass sie aktiv im Mittelfeld Ein größenwahnsinniger Freistoßschule Die wollten das machen wie Hamburg Aus 40 Meter War nix Safari Und irgendwie stinkt schon noch ein 0-0 Ich fürchte, dass das toll los ausgewählt Rausspiel Chamberlain Und Icardi startet Jawohl Icardi Der macht's Jawohl Icardi macht's Gott sei Dank Der Argentinian macht's wieder Es war auf jeden Fall ein super Pass von Chamberlain Über die Abwehr hinweg Ja, wie ich schon gesagt hab Mit hohen Bällen kann man am besten die Abwehr wirwenden Gehen am besten Wie ein heißes Messer durch die Butter, gell? Jackson Jule Bull Chamberlain Ja, leider haben mich vertribbelt Scheiße Ich wollt nur noch rechts hin Oder mich fallen lassen Der Möglichkeit Safari Bellarabi Ashto Zeit lassen Eil nicht Ja, sei denn im Vorteil Jetzt nimmer Silver Kratz Kratz Anpassen Ich dachte mir, wir noch in der Nähe haben Chamberlain fight it Wo geht's Wo geht's Wo geht's Das Jawohl Scheiße Wieder verloren Und Braunschweig macht mehr Pressing Weißt du Die Flanke ist gelandet Die Flanke ist gelandet In den Händen von Adlach Also ich check'sen Und sie nisten sie rund um meinen Strafamal, gell? Die Säcke die War zu kurz Das war wahrscheinlich die dümmste Idee, die ich gehabt hab Dann hätte ich direkt mal aussehen Schau dir diesen Depp noch Da ist das ein Trottel 2-0 Scheiße Jetzt hätte ich mir die Haare einfach drauf Der war eh zu schwach geschossen Schau dir Da hab ich geschossen Andersrum war das Sauerschö Knallt aber gegen die Latten Und dann gegen die Rübe vom Torwart Das heißt Kau für Braunschweig Ja, so kann man es auch machen Das war allerdings ein Eigentum, gell? Gut, kann man es auch gelten lassen Die Säcke gefallen Kau nix dafür Jawohl Der will karten für den Motor Da ist der Lina Moment mal Die wechseln dauernd Wog auch mal Und zwar geht's Ich hab nicht viele Möglichkeiten Chamberlain, geht da runter Aber wer spielt dann links außen Habt keinen mehr Linkes Mittelfeld Da kann sogar Nierer 6 spielen Durch den rein Geht schon Und vielleicht hinten Motor Da wird kein Dickmeier Ein Stand 2-0 geht das schon, oder? War nix Okay, die frischen Männer sind da Für die letzten knapp 12 Minuten Und Silber Gut Jawohl, Andersson Mit einem Wolleschuss Der hat das Lina Andersson Er macht das nicht klar Wir haben die Sache geregelt, gell? Klar und wirklich Und Dreckscher Es gibt noch mehr Ecke Und Scheer Mit seiner 1.1 Gege Lug gar nicht Ein Mann Hät fast noch Das 4-0 gemacht Jetzt glaube ich Ist der Hunger Wach bei uns Oh Gott Silber Ein Glück Dass das nicht unterstimmt Ist Ademi Links am Tor vorbei Aber es wird ein lockerer Sieg Nach dem Niederlage Gegen Aue Haben wir uns schon wiederholt Gott sei Dank Ich darf mir in eine Krise rutschen Können nicht brauchen Harte Und Kein Endreffer Zum Glück Ecke hoch Scheit Und Adler klärt Und es gibt wieder 4 Minuten, gell? Die gibt es oft Die 4 Minuten Was war das? Ein Foul War gut Sind wir nicht so Und Schlampe Abwege Der Verteidiger Springt am Bullen vorbei Ich hoffe Das macht In der Champions League Nicht Haben wir ein Problem So, jetzt wird es allerdings Zeit, gell? Der Lob pfeift Und wir gewinnen verdient Mit 3-0 Gegen Brandschweig Gegen Brandschweig Gegen Brandschweig Vielen Dank.